hallo mein lieben krachtiger hier ist mir euer eisdrache lg gut ich habe gerade versucht einen livestream zu machen also zweimal versucht aber ich habe es wohl nicht geglaubt weil das internet hier sehr langsam ist wirklich sehr langsam im upload download davon würde ich nicht machen wir machen hier weiter mit ewige reise und hier ist ja unsere gute nasen mit dem stummelohr seht ihr auch als wären die ohren abgeschritten so lassen wir jetzt den turbinraum da können wir das machen hoffentlich ja wenn es komisch fliege könnten eigentlich da kann man sich wasser holen wenn da etwas hinter dem ventilator ist muss ich die rote irgendwie aus anhalten jetzt irgendwas reinwerfen war schon vorher hier kann ich nicht einfach reintun können wir das wieder nehmen wieso kann man wir hätten die brechstange einfach wieder rausziehen können gut ähm ich kann mal weiter ach so lassen wir noch wasser holen montagehalle ja genau das war hier draußen da kommt man daher nicht dran ok das sind nicht nur für sichern da schade gucken wir was da ist ich glaube nicht vorschlaghammer richtige bohrmaschine ich weiß nicht ich weiß nicht die bohrmaschine aus dem einen video was wir gesehen haben diese video hocha hm was ist da schweißprogramm starten ok die andere für das teils fehlt ok Let's see, ich hab's mal Schweizer Maschinen zusammen, das, 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 das unter den Greifer. Ok, wir sehen noch die Hälfte, so, wenn wir mal gucken, werden wir noch mehr an den Tag, was machen, so, was kann man sehen, ist das die, ne, 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 so, das ist die Tag, da können wir auch was machen, das Rohraterium, soll ich sie damit schweißen, ne, das ist verbiegen, so, jetzt schweißen, so, machst du das, gutes Raumfoto zuerst, um online, weißt du nicht, ok, achso, ich hab vergessen, die Uhr mitzunehmen, jetzt weiß ich nicht, wie lange ich ausgeladen hab, so, toll, so, ok, umfang nach elf, hier sind wir im Höhleneingang, da ist Maaßen, Maaße scheint sich vor nicht zu fürchten, aber mir schreckt dieser Ort, was sich wohl, ja, gute Frau, Stone, was denn, ok, ein großer Käfer, ein Münster, Ok, Jetzt verstehe ich, die Überlebenden sind in diesem unterirdischen Gang gelaufen, dessen Eingang nun versperrt ist, wie es scheint, gibt es hier keine Käfer mehr, aber die Leute sind hinter den eingeschutzten Felsen gefangen, ich muss den Durchgang irgendwie frei rollen, hm, ein bisschen Alkohol, wahrscheinlich kein Sauerstoff haben, haha, was ist dies, Feuchtigkeitssynthese, das System verwendet, das System verwendet, das System verwendet das Wasser zum Kühlen der Maschinen bei der Herstellung vor dem Mittel und um Lebensgelieb herzustellen, was für eine Vielzahl von Zwecken verwendet wird, das System sammelt an, das verbrauchte und verdünnte Wasser, reinigt es, bringt es zurück in den Eislauf, der nette Verlust von Wasser beträgt, weniger als 50 Stück der Fritter, ja, gut, ne, gut, von 18, ok, können wir zumachen, noch was hier, hinten, da können wir was machen, wie das so aussehen, aha, ich soll das nicht mehr zusammenschweißen, ja boah, was können wir da machen, und da, muss doch irgendwas geben, was ich tun kann, oder nicht, hm, wenn wir raus machen, was 사람들 ausgeben, Wasser, oder dasаете necesit cosa ma fan, Wasser, 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 Ja. Was soll ich hier machen? Den hier aber rumbringen oder? Den kann man mit 6 machen. Warte mal, ist jetzt vielleicht was gemacht? Wenn ich noch einmal drehe. Vielleicht ist das das Sauerstoff-Ding. Ha. So, jetzt haben wir es so geschweißt. Und jetzt? Ja. Jetzt müssen wir das Sauerstoff anmachen, glaube ich. Ja. Ja, jetzt. Äh. Das müssen wir jetzt machen. Ja. Was kommen wir da rein, oder? Dafür ist der Sauerstoff, okay. Eine Bar, oder was ist das? Okay. Ich habe eine Bar gefunden. Ja. Wo auch eine Videobotschaft ist. Magnöpfe und Flieche. Und sowas. Okay. Okay. Noch ein bisschen auf. Ja. Ja. Auf jeden Fall. Ich hoffe, jetzt zeige ich es jetzt. Da kann man was nicht reinschütten. Ja, ja. Erstmal was klauen, ja. Äh. ich hoffe das machen wir noch zum schluss und dann gucken wir uns den nächsten part mal diese video-botschaft da an ok jetzt brauchen wir erstmal hier unten mit dem pfeil drüber noch was du war da da ist Da muss sich jemand aufhängen. Jetzt wieder. Jetzt heilt uns noch zum Vogel. Hier im Detail. Beilung. Da. Anschluss. Oh, ein Goldwaren. Ich kann die Brauch wieder klauen. Erst Edelstein klauen, jetzt ein Goldwaren klauen. Da. Guck gleich das. Na da. Ich bin in der versifften Toilette. Boah. Hilft auch die WC-Ente nix. Geh aus den versifften Dingen drauf. Bäh. Bäh. Mach zu. Mach zu. Mist. Hand. Wo ist nur ein Hahn? Ein Hahn. Ein Hahn. Das kann man nicht nehmen. Hier ist keine Hand, oder? Nein. Nur ein versiftetes Klo. Hm. Hallo. Können wir jetzt nichts machen. Okay. Und jetzt. Auch da. Jetzt auch selbst drauf kommen können. Zack. Wir kriegen. Einen Mob. Wow. Cool. Jetzt können wir hier. Wisschen was Frauenhaut machen. Ja. Gut. Na ja. Gucken wir mal im nächsten Part weiter. Was hier in der Videobotschaft drin ist. Ja. Gucken wir mal mitnehmen. Der Whiskyglas nicht. Oder die Kö. Okay. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Bis dann.